Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns und zwar spielen wir heute den Far Cry 5 Arcade Modus ich glaube es war Arcade Hell ich bin mir grad noch sicher aber ja mit dem übeligen Yumika-Chan und er stellt sich mal durch nichts auf keinen Fall ja alle lieben ich bin der Yumika fang einfach an ich bin der Yumika oh mein Gott oh mein Gott nicht mal Stern Tabby Burrows es hat ein Countdown oh man kann nicht sehen wer sie gemacht hat hat sich wohl für die Map geschält sterben bei einem Treffer alter darfst dich nicht treffen lassen ernsthaft holy crap ich hoffe jetzt ist es nicht das mit den Yeti was ich mit Wettert schon mal gezockt hat und wir haben auf jeden Fall eine Pistole und eine Schaufel bei dem einen und der andere hat gar nichts ja ich glaube ich nehm Alter wir haben wir endlich schaufeln ja geil okay es ist es ist auf jeden Fall der andere das stimmt ja One-Hit ne naja du musst mir aufpassen lass mich aber was ausprobieren ich hab Angst okay wir können uns nicht gegenseitig killen ich glaube man das überhaupt ja wenn Eigenbeschuss aktiviert wurde aber der Gegner ist ja dann auch mit einem Schuss tot oder das ne bei dem Wolf hab ich zwei gebraucht okay das ist schon ein bisschen assi finde ich wir können ja mal mit der Pistole austesten wenn ich mal einen Gegner sehe wir haben einfach ein Fleischstück hier hin lass den Gegner kommen gute Idee Alter ach komm ein fucking Bär nein Alter ich hab ihn geschaufelt ich hab ihn geschaufelt Alter warum haut er mit seiner Faust zu wenn er eine Schaufel in der Hand hat aber auf jeden Fall Panzerbrechende Munition echt cool wow fuck da ist ein Yeti was holy crap holy quasi crap schnell weg hier ah ein fucking Wolf oh ja haut ab okay die Panzerbrechende Munition ist stark genug dass der Wolf abhaut sobald mich ihn einmal trifft da ist immer noch ein Yeti ja wir können auch einfach wegrennen wir müssen nur den Ausgang erreichen aber da ist irgendwas droht ist ich will da hin so ah wir können es nicht zulassen dass er Leute weckt die Leute hier alle weckt hindert Jerry lass mich den Waffen er klaut sie mir nein alter alter hu alter er wollte mich weckt hindern ja wo ist der Yeti wo ist der schnell alter oh cool Panzerbrechende Munition wo ist er alter alter ich schwöre immer diese Tinder User alter voll ins Arschloch geschossen alter ich schwöre ich schwöre dir wenn ich irgendwann wieder ein neues Setup für meinen Kanal mach so ein Kanal Cover dann mach ich den Yeti als Tinder User rein der ich treff den nicht der rennt zu viel alter ey ich glaube ich greift der uns überhaupt an aber der rennt Der liegt doch mal bei ihm im Weg. Ich stand jetzt schon zweimal bei ihm im Weg. Ich glaube nicht, dass er uns angreift. Ja, der rennt hier irgendwie nur im Kreis rum. Okay, er greift an. Hä? Ne, er hat nicht angegreift. Hä? Ich bin voll verwirrt. Ich weiß nicht, was er vor hat. Ja, der hat irgendwie Probleme, glaube ich. Der Junge hat Probleme. Ja, pass auf, jetzt kommt gleich ein Bär oder ein Wolf. Da hast du ein Stück Fleisch. Hier. Hey, die Sniper ist wieder da, nimm sie dir. Ja, warum kommt kein Wolf? Ich wollte eigentlich, dass er sie mit dem Wolf anlegt. Moment, ich erinnere mich, den Bug hatte ich schon mal. Ich erinnere mich. Was, den behinderten Yeti-Bug oder was? Ja, da gab es schon mal eine Map, wo der Endboss einen Yeti... Boah, Alter, was war das denn? Der ist aber mal fett ausgerutscht. Ich habe einmal auf ihn geschossen. Alter, ich glaube, du hast die große Zehen getroffen, ey. Alter, warte, warte, warte. Ich bin der Erste, dass ich mit ihm fahren darf. Guck mal, ich schieße voll ins Auge. Ja, voll ins Auge, ne? Jedenfalls, den Bug hatte ich schon mal mit Vedat. Da war so eine Yeti-Map. Und da sind wir runtergefahren und sind nicht mehr hochgekommen, weil die Kletterharten verbuggt waren. Und der Yeti ist dann oben auf der Map die ganze Zeit nur im Kreis gerannt, über eine Brücke und zurück. Na, Alter, liebe Ehe. Dann haben wir die Mission... Oh, wir haben eine Zeitbegrenzung, sehe ich gerade. Ach ja, scheiße, stimmt ja. Oh, vergessen. Jedenfalls, der ist dann dauernd im Kreis. Oh mein Gott, ernsthaft. Noch ein Yeti. Noch zwei Yetis. Noch mehr Tinder-User. Die Sache ist, die sind aber nicht so sauer. Hä? Loyal, schau mal, hier ist ein Bug. Die Sache ist, die fickt einen One-Hit, ne? Und er hat mich gefickt. Lauf, 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 Jesse. Oh cool, ich habe einen Revolver. Oh, 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 oh. Mein Gewehr ist weg. Die jagen mich. Polizei. Popopiraten jagen mich. Diese Gottverdammten Tinder-User jedes Mal. Alter, Junge, wie viel Yeti sind denn das? Alter, dieser Kampf ist aussichtslos. Die Tinder-User haben unseren Aufenthaltswort herausgefunden. Die wollen uns wegtindern. Die wollen uns nicht nur wegtindern, die wollen uns wegtimpern. Oh, ich hab noch eine neue Waffe. Wir sind überall Schlangen. Ja, Mann, wenn die dich beißen, bist du auch tot, ne? Nice. Ja, wir sind von alles One-Hit. Yay, da ist das Ziel. Ich bin am Ziel. Super, Alter. Ich hab ein Sturmgewehr. Dann gib mir Deckung, verdammt. Alter, du bist ganz schön beliebt auf Tinder. Ich fresse hinter dir. Tschüss. Oh, er gibt mir einen rechten Haken, Junge. Warte, du bist tot. Ja. Das Ziel funktioniert nicht, wenn du tot bist. Wie viel? Ihr habt mir einen rechten Haken gegeben, Alter. Ah, die wollen mich wegtindern. Ich hab mich weggetindert, Alter. Sie haben mich weggetindert. Sie haben mich weggetindert. Ich wurde weggetindert. Nein, ich bin grad gespawlt. Alter. Die haben uns eiskalt weggetindert. Die haben uns weggetindert. Die haben uns weggetindert. Die haben uns weggetindert. Die haben uns weggetindert. Komm, lass nochmal spielen. Wollen wir nochmal spielen? Ja klar. Ich will, ich will es gewinnen. Also ich überspring die Bewertung noch, bis wir es geschafft haben. Hm. Ja, ich auch. Erneut spielen. Ja, ich möchte es wirklich neu spielen. So Leute, das passiert, wenn ihr weggetindert werdet. Deswegen. Kein Rat von Profis. Meldet euch nie bei Tinder. Nicht bei Tinder. Nein, tut's nicht. Und Lawoot wollt ihr auch nicht werden. Denke Lawoot. Lawoot. Ich will lieber Jacky und 20 Euro liegen. Alter, da haut er die Sprüche raus. Alter, ich hab... Alter! Ich hab einen Raketenwerfer. Was? Verarsch mich nicht. Lappen. Wichser. Ich hab gar keine Waffen. Ich hab nicht mehr Fleisch. Ey, guck mal, Alter. Was ist das hier? Hä? Achtung, was ist das? Ist das Wasser? Hey, ist das Wasser? Oh mein Gott. Fucking viele Wölfe. Alter, ich hab keine Waffe. Ja, ich hab eine, doch. Hier sogar. Wisst ihr? Mist, normal. Aber das sind natürlich ein Points Waffen. für einen Leichen lassen. Für einen Leichen lassen. Deswegen, ja. Deswegen bin ich auch hier. Alter! Oh, Basie! Oh, der Wierwinsel. Du Tierquäler, du Dreckiger. Und geilen Stock. Der ist viel geiler. Was, Alter? Oh, gib mir einen Stock. Da liegen wir weg. Ja, geil. Ich bin auch ein Stock, Alter. Hier ist das Jagdgewehr. Nice. Nice. Moment. Moment, da heißt der Yeti ist auch da. Komm, wir stöckeln ihn. Ich glaube, aber diesmal ist er nicht behindert. Glaubst du? Bist du dir da sicher? Ich glaube doch, er ist behindert. Hey, da ist der Wolf. Der Wolf kommt, glaube ich, zurück. Ich höre ihn. Ja, weißt du was? Der kann da in Ruhe durch den Wald durchtindern. Ich verzieh mich. Ich geh jetzt mal ganz rechts hier lang. Rechts! Und der rechte Weg! Ha! Der Bug-User, Alter, ständig wieder den Weg. Oh mein Gott, da rennt noch ein Yeti. Da rennen überall Yetis, Alter. Ja, ich hol mir gleich mal das Sturmgewehr. Willst du mich verarschen? Wieso kommt schon wieder ein Yeti auf mich zu? Du hast geschossen. Dieser fette Hurenbasterd dürfte das doch gar nicht hören, so fett wie er ist. Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Er will mich tindern! Oh mein Gott! Der Tinder-User hat mich gefunden! Er will mich tindern! Hilf mir! Die wollen mich auch tindern! Alter, ich habe hier gerade ein Tinder-Fight! Oh mein Gott, da kommt noch ein Yeti! Ich wurde getindert! Ich wurde getindert! Ich wurde getindert! Ja! Verdammten Tinder-User! Bist du tot? Ja, ich wurde getindert! Ich wurde getindert! Ach, da kommt noch ein Tinder-User! Ne! Füß wie verarschen! Ich wurde schon wieder getindert! Ich habe zwei getindert! Alter, die Tinder-Schockwelle des Todes einfach! Es war die Tinder-Schockwelle des Todes! Ich überlebe es! Sonst gewinnen die Tinder wieder! Die Tinderer! Weißt du was? Ich renne jetzt durch! Scheiß Tinder-User! Oh cool, ihr steckt fest! Macht die fertig! Scheiß Tinder-User! Oh, nach rechts kommt noch ein Tinder-User! Hinter dir ist ein Tinder-User! Renn weg! Renn weg! Renn weg! Renn weg! Und da wurde er weggetindert! Genickbruch, Alter! Ja, Mann! Der Tinder-Genickbruch! Und jetzt haut er ab, die Sau! Jetzt hat er sich auf Lawour angemeldet! Jetzt ist er auf Lawour! Ja, Mann! Jetzt hat er auf Tinder ein Date hinbekommen! Jetzt ist er auf Lawour, ey! Der macht das alle... Ein Date auf jeder Plattform! Nein! Alter, die wollen uns richtig tindern! Oh, love! Love! Alter, die tindern uns richtig hier! Es tut mir leid, als ich sag's dir gar leid! Hier hast du ein Gummi, Alter! Verzieh dich! Alter, er verfolgt dich, ne? Da rennt er hinterher! Was? Ja, Mann! Der rennt weg von mir! Er verfolgt dich! Oh mein Gott! Ich verfolge einen ganzen Schwarm! Oh mein Gott! Ne, willst du mich schon wieder verarschen? Was soll denn das? Hier sind überall Schlangen! Überall Schlangen! Alter! 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 Der ganze Schwarm! Der verfolgt dich! Alter, weißt du, wie viele Leute dich verfolgen? Da ist auch ein kompletter Schlangen-Schwarm gewesen! Ne, die haben mich von allen Seiten gefistet! Ich weiß! Bist du... Lebst du noch schon, oder? Du wirst doch hier noch getindert! Ja! Ich wurde grad von Schlangen getindert, doch! Echt? Du wurdest weggeschlangelt? Weggeschlangelt! Weggeschlängelt wurde ich, ja! Komm, wir müssen nur beide das Ziel irgendwie erreichen! Alter! Der Yeti ist gerade an mir vorbei gerannt! Und hab mich ignoriert! Was? Ich glaub, Wölfe verfolgen mich jetzt auch! Was wollen die denn alle von mir? Komm! Wir rennen einfach ins Ziel! Was ist denn getan, Leufel? Lauf! Tindy! Ah! Ich werd gleich weggewürfelt! So ne Witz! Nein! Nein! Ich will nicht getindert werden! Alter! 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 Zickzacklaufen! Zickzacklaufen! Nie im Leben! Alter! Wie die dich jagen! Alter! Ich rutsch ab! Oh! Ich hab die Tinder Gun! Nein! Jetzt tindern die mich gleich! Hilfe! Ich will nicht getindert werden! Schnell! Zum Ziel! Junge! Wie viele? Zum Ziel! Oh! Wie viele, Alter! Oh! Ich wurde getindert! Oh fuck! Du bist... Ich wurde getindert! Ich wurde getindert! Ich wurde getindert! 8 Sekunden, dann komm ich zurück, Alter! Okay! Wenn ich gespawnt bin, rennen wir instant zum Ziel, okay? Ich will nicht nochmal getindert werden! Okay! Ich bin wieder da! Ich renne zum Ziel! Wir haben nur noch 5 Minuten! Alter! Run! Run! Ich bin dran im Ziel! Aber die wollen mich wölfeln! Aber die wollen mich wölfeln! Ich bin dran im Ziel! Da kommt wieder ein Yeti-User! Komm! 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 Wir sind doch beide da! Warum geht's nicht weiter? Nein! Nein! Ich will nicht getindert werden! Ich will nicht! Ich glaub, wir kommen nicht drumherum, die Yeti zu töten! Meinst du? Und Wölfe! Und Wölfe! Und Wölfe! Spawn! Spawn mich direkt in den Schlangen, Junge! Gute Idee! Oh mein Gott, hier sind ganze Schwammwölfe. Alter, willst du mich... Junge... Äh, Schlangen, Schlangen! Ah, Alter, ich wurde fast getindert. Ich wurde fast getindert, Alter. Oh mein Gott, ein Leopard. Ein fucking Leopard. Na, wir haben verloren, Alter. Äh, wir haben noch vier Minuten... Lauf ins Ziel, lauf ins Ziel, lauf ins Ziel! Ja, wir waren doch schon im Ziel, das funktioniert irgendwie nicht. Was soll der Scheiß? Wir müssen doch mit dem Sturmgewehr mit dem Panzerbrechen und Munition irgendwie killen. Akku, sie ignorieren mich, finde ich gut. Nein, ich wurde getindert. Richtig in den Arsch getindert, ey. Ich wurde in den Arsch... Ich wurde in den Arsch getindert. Alter, ich schwere, ich gebe nicht auf, bis wir gewonnen haben, das ist klar, oder? Ja genau, spawnt mich denn bei den Yetis! Hier scheinen sie nicht hinzukommen, Alter. Ja gut, ich brauche aber das Sturmgewehr. Sonst machen wir versuchen, ins Ziel zu laufen. Sie werden wir nicht verfolgt. Vielleicht können wir nicht ins Ziel, solange Gegner da sind. Aber jetzt ist keiner da. Ja, wir haben gewonnen! Okay, das Ziel funktioniert... Alter, ich will jetzt Tindern sie los, Alter! Das sind die Zehn, Junge, der wollte es doch Tindern, Junge. Ja, warte, er hat in seine Tindern-Faust reingesteckt. Der wollte uns noch festen. Welchen Wert den gibst du? Ich gebe ein Like, weil es irgendwie lustig ist. Ja. Es war wirklich lustig, Alter, mit den ganzen Yetis, Mann. Ja, Mann, das war schon saugeil. Wollen wir jetzt noch eins dranhängen oder schon einen Cut machen? Ja, ja. Hängen wir noch eins dran, oder? Ja, hoffentlich wird das nicht wieder sowas wie vorhin... Eher whopping Bis zum nächsten Mal! Ich habequ Kraft, wir sind in diesem Folge vorhin... ... 먹을 wisdom, indem wir Ihren growthftig wenn hinzufügen... ...lbreakend die Leute mehrere Owlsosten.